moin moin und willkommen zurück zu seven days to die es ist wieder mal ein wunderschöner tag die horde nacht ist rum es lief wunderbar ich wir hatten keinen stress ging gut ich bin zufrieden tatsächlich ich habe mir tatsächlich mehr stress gemacht als nötig war aber so konnten wir sehr ruhig arbeiten mega gut tatsächlich und jetzt ihr wisst ja wie sagt man so schön muss ich jetzt mal überlegen typisch wie sagt man so schön vor der horde nacht oder nach der horde nacht ist vor der horde nacht so rum war das und wir machen jetzt ganz entspannt weiter herzen vor der gönner uns und jetzt geht's los und die nächsten quest warten auf uns so soll natürlich schauen was wir alles mitnehmen was ich auf jeden fall nicht mitnehmen werde ist dieser hammer und der sperr der bleibt hier ob ich den sperr überhaupt noch mal verwenden werde in auf dieser stufe ist fragwürdig und dann gehen wir mal los wir müssen und leveln das thema ist bekannt und ich habe eine sache vergessen schweren herzens das war noch in der letzten folge vor der horde nacht und zwar wollte ich ja den drop holen das habe ich nicht getan das habe ich vergessen und nun ist der weg schweren herzens sehr blöd gelaufen mit zurück mein fahrrad ob ich das denn geschmissen da ist es ja das ist blöd gelaufen das habe ich natürlich vergessen sehr schade aber ist nicht wild bekommen wir hin was werden wir jetzt als erstes tun fahren wir mal erstmal hier zu jen holen uns eine aufgabe da sie den nächsten restock ihrer schade okay dann haben wir noch einen moment zeit den verbringen wir mit holz hacken den verbringen wir mit zombies verkloppen jawohl der hat gesessen da jen den nächsten restock irgendwann in acht tagen jetzt haben müsste werden wir uns mal zurückbegeben zu diesen bauern dessen namen ich vergessen habe und gönnen uns da mal ein paar hefte da kriegen wir ja die guten farben bücher die kochbücher und sind krempel rundherum unserer versorgung darum werden wir uns kümmern wenn wir dann natürlich genug geld zusammen haben das ist jetzt natürlich der haken erstmal müssen wir ein bisschen kohle zusammen sammeln da ich irgendwie nahezu alles ausgegeben sollte klar sein die kohle muss weg der trecker ist nicht schwer den würde ich lieber fahren wollen als hier auseinander zu nehmen interessant nicht mal ein stein liegt hier jawohl fünf minuten verspätet aha geht meine uhr falsch sehr wild so rein das waren doch letztens noch das waren doch letztlich erst zehn tage vielleicht ist das aber alles ausgekauft ausverkauft ja es hat sich nichts geändert alles alles wird gut ja mit wird vertickt steroide eine level zwei dabei aktuell ich hoffe immer noch dass working stiff tools endlich mal dran ist irgendwie will sie mir das nicht können das wäre mega geil wenn sich das wieder restocken würde ich meine mal klar nach einer gewissen zeit würde sich das so oder so wieder restocken klar wissen wir ja es ist ja in den einstellungen so gegeben fragt mich jetzt aber nicht wie viele tage das sind ich glaube das waren auch mindestens zehn tage oder so wenn man darauf achtet tag acht also gut ab den tag des lutens also wird das hier nicht früher als 17 sein und das ist ja nämlich erst passiert das ist ja gar nicht so lange her das ist echt wild schade aber ist so wenn man erstmal den kreml hier mit fahrzeuge und so weiter jetzt haben wir den gyrokopter früher als gedacht rhein habe nicht meine doppelläufe dabei so als backup meine jobs die mache ich gerne oldschool jawohl rüstung auf die alte art und weise mit knüppel und bohung gehen wir rein in die bude und machen mal richtig kahl schlag wie sich das gehört da haben wir auch schon noch kommt da ist unser quest gegenstand in der theorie sind wir jetzt durch aber die zwei angebissenen sandwiches die müssen natürlich noch mit noch ein kochen noch ein kochen was ist denn los was vier kochbücher gemüse eintopf oder wildbret eintopf beides sehr geil wir haben hier besuch die frage ist nur wo hallo wir haben wir vorhin schon von beiden müssen er war nicht zu übersehen sind wir mal ehrlich er war nicht zu übersehen keins zweiter stock versteckte doch heimlich eure pillen gut junkies grab 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 weg mit dem müll da haben wir den zweiten stock easy bögen immer gut der holzbogen der qualität 1 endlich mal ein bisschen qualitätsware hier mit dir fangen wir an kevin kein problem so ihr habt versucht aber nichts geschafft schade blöd für euch gut für mich der war mies hat sie mir noch eine gebatscht ne hier noch irgendwas nö crack a book ein bisschen moon gut können wir schmelzen oh man ich meckern meckern fällt aus ist alles umsonst das können wir dann haben wir hier angepasste fittings sind übrigens holnieten da wollte ich mal gesagt haben ich dazu richtig erkenne so wie sieht das hier aus elektro jawohl 20 prozent mehr feile recovery und die mod für den brennenden schaft so ein brennender knüppel kann schon optisch was her machen die fittings ich glaube die donner ich mir gleich mal in die rüstung es ist ja nur für schwere rüstung die fittings werden verkaufen ganz einfach und hauen erst mal wieder ab irgendwo ist doch hier der brett gewesen aber kommen wir ignorieren war ach geht nicht das vogelnest ist wieder gespawnt nice die oi vogelnest da drüben auch so jetzt aber schleunigst wieder nach hause wir haben acht wir haben es acht uhr richtig geil wir liegen super in der zeit und noch mal waren wir schon dran ich hab doch die trichel bei bei unserem nicht vorhandenen lack müsste das doch gar kein problem sein unangenehm komm schon das ist halt die sache wenn man schlösser knacken ist gilt jawohl waffen 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 gibt schon ja okay man sieht es ist oh lol danke windows für diese benachrichtigung gerne noch mal in 30 tagen das ist ja wohl den arsch offen was wollte ich gerade sagen wir haben schrotpatronen kein gewehr ein holzknüppel und ein medikit ich glaube wir sind hier in deutschland kann einfach nur das kann einfach nur so sein völlig wehrlos sag mal mal so eine schrotpatrone wenn du wenn das ne ein flintenlauf ist und du das ding gegen den kopf geworfen kriegst kann schon ziemlich krass sein ja das gibt vielleicht eine beule muss man ja sagen klar windows 11 vor allem kannst du völlig vergessen alle benachrichtigungen ausgeschalten alles ne sonst christio scheiße von wegen wetterbericht und diesen ganzen müll interessiert keine sau ist der scheiße gehe eh nicht raus interessiert eh niemanden dann mitten in der aufnahme jetzt muss ich wieder schneiden super ach ja da bin ich mir noch gar nicht so sicher bauplan und verkaufen willst du machen was willst du machen kann ich nur sagen weg ist gut hast du bauplan hier in holzstuhl so die medizin ist natürlich auch für uns das war schon mehr kann ich kann ich dir die anderen sagt man hier die billen noch ich will bücher kaufen was hier die bauern auch nicht blei und eine schöne bleivergiftung am montag was denn los mit der ist echt jahre schluss komm gib mir die nächste mission mach dich nützlich ich will ich ja hoffen weil je gefährlicher desto besser aber nein es ist eine stufe 1 was macht er denn da ist ja total dumm ist kein problem den werden wir erstmal hier gleich weg rotzen ja jetzt hat er sich meinen schweigen verhält dieser knochenkalle kann ja nicht wahr sein this is a dangerous one marsch äh honig wunderbar haben wir mal wieder ein bisschen backup auch geil positiv denkend wir sollten mal wieder mal ein bisschen lehm rein donnern in die putze hier haben wir noch blei auch gleich rein hier zack schmelze angerissen so da kommt der rest rein hier haben wir wieder schmerz ah die schmerzmittel habe ich nicht verkaufen das ist blöd so aber immerhin das geld sammelt sich ein bisschen hier haben wir mit jetzt vielleicht sollten wir mal das verband zeug da schon mal raussammeln das was so in die richtung medizin geht wo sind eigentlich meine ganzen verbände hin herr gott im himmel kann doch nicht wahr sein so das haben wir das behalten wir alles im inventar bis wir es austauschen können und jetzt hieß es holzbogen das prüfen wir natürlich erstmal einmal das ist nice das haben wir wir haben es sogar zweimal wir sind richtig rich richtig krass lederkleber und klebeband ne aus klebeband zu werden die krassesten sachen gemacht denn wir müssen bedenken klebeband ist in der raumfahrt unverzichtbar das heißt wir sind eigentlich schon im weltraum zeitalter mit unserem bisschen krempel hier mit unserem klebeband wohlbemerkt krass krass kann keiner was sagen wir warten natürlich bis das zeug hier fertig ist das ist schon so crap ich hoffe ich hatte da keine verbesserte sehne oder sowas drin gehabt das wäre jetzt ziemlich ärgerlich und wenn hätte ich es eh nicht mitbekommen also tue ich einfach mal so als wäre alles so wie es sein muss holz können wir hier noch verteilen aber nicht so ok hier ist jetzt nichts drin was dringend durchgejaucht werden muss so ehrlich müssen wir sein bringt noch nichts das ist noch zu wenig wie viel können wir machen machen wir mal 100 schon mal fertig hier von 100 das wenigstens produziert 100 auf geht's dann könnt ihr das bleier doch noch durchziehen alles glärchen das kommen wieder rüber kannst du noch was erledigen für mich ja guck dir mal das an hier trübes wasser widerlich wer soll das denn saufen bitte es kommt auch in unsere snackkiste nach unten dann wissen wir das ist maximal verarbeitet das ist super gesund wasser vielleicht sollten wir jetzt endlich mal kaffee kochen das ist das zeug aus dem krieger gemacht werden machen wir jetzt noch die mission und ich hoffe dass wir danach wenigstens ein teil geld zusammen haben und zum nächsten händler fahren können beziehungsweise zu unserem ersten händler um ihn seine ganzen bücher abzukaufen und die er sicherlich irgendwo in der sofa ritze versteckt hat dieser knickrige bauer der sammelt seine kohle doch in seiner stinkesocke kannst du sowas von bitten ist einfach so Fahrrad musste auch mal repariert werden bei 53% natürlich mussten wir den büroangestellten umfahren via drive-by ging gar nicht anders weiß auch nicht was da mit mir los war aber ich konnte mich einfach nicht zurücknehmen das ist irgendwie so ein ding weiß auch nicht geil moneten die kasse geht selbstverständlich mit was ist los da kann ich nicht vorbeifahren das ding ist auch nur so wahnsinnig rot und dann war es nur schrott ich könnte wahnsinnig werden geil das haus ist noch nicht mal da es ist noch nicht mal aufgestellt richtig geil die kaffeemaschine ist fertig das ist das geräusch da geht die stimmung gleich hoch geil wenn wir um 6 Uhr morgens die kaffeemaschine fertig ist ist schon geil na gut ist 6 oder 7 ah super erntewerkzeug mal rein damit noch ein bisschen baustelle irgendetwas zum zerkloppen was ist denn hier Leben why not wir gucken hier erstmal rum denn ich möchte zweimal looten haben wir hier auch nichts eigentlich wie noch kein Fundament gegossen nichts das müsste ja gar nicht das haus ist ja fertig müsste ja bloß quasi abkippen naja gut ne dann können wir können wir eigentlich rennen auch der Stamm ist wieder da geil ja Polizei auch das ist davon halb genug bevor ich den nächsten Skill habe daumen drücken daumen drücken honig wer von euch hat die daumen nicht gedrückt ne ey wenn ich euch kriege immerhin forged ahead wenn ich den erwische ne der mir nicht gönnte ist auch heute los hier so machen wir mal unser Kofferraum auf hier hoch bewahren hier können wir gleich verticken dann gleich mal rein hier den Schlunz das ist geil Pilzsaat können wir an unsere Decke klatschen jetzt gucken wir mal wie wir hier in die Hood rein kommen selbst die Stühle stehen schon da ey die rich kids hier ich beneide sie hallo der Kühlschrank läuft schon haben wir überhaupt schon Anschluss wie ist der selbst wenn du keinen empfang hast in der letzten räudigen Pampa Vodafone kommt immer durch um euch irgendeinen scheiß auf zu quatschen ist einfach so ist einfach so haben wir denn hier schöne Spülmaschine meine Güte ihr habt sie echt ihr habt so nötig ne dass ihr Schrott in eurer Spülmaschine waschen müsst hallo wohl noch nicht bezogen doch hier schnüffelt einer und das noch hier eine schon mitbekommen war hallo zack Firma dankt die Blumen die nehme ich gleich mit und irgendwo ist noch einer zack bamm kriegt der einen Hedai vom feinsten die ganzen Bauarbeiter hier wie die hier drinnen pennen ist ja widerlich spere das rote buch na gut wir haben auch keinen Skillpunkt drin ne warum sollten wir das sammeln so wartet schon zweiter Stock oder was na klar mit dem zweiten Stock wir sprinten jetzt hoch ne ich habe jetzt hier so viel Zeit habe ich auch nicht ne ja komm hier morgen hoch noch zweimal das gleiche Shirt das ist bitter wenigstens eine Tasche da haben wir irgendwas mit Speere ich habe sofort geintet ich habe keine Ahnung was da stand es ging sofort in den Kopf Entenschnabel ein schöner Aufsatz den haben wir in den Schrank geprügelt vom feinsten was ist er denn na was bist du denn hier äh geklaut einfach bei Ebay so kein Ding mach ich auch so dann erzähle ich von meinen hellen Taten so wie sieht es hier aus oh Gott passt erschrocken jetzt muss ich mir erstmal ein bisschen Luft machen hier lass mal kurz durchatmen sieht aus wie mein Arbeitszimmer hier also abgesehen von dem riesen Loch in der Wand ein Trick wie man Wasser reinigt ok Hallen und Forge nice nice 25 kein Tresor kein nichts wir sind fertig wir hauen ab warte mal hier ist doch noch ok nee alles ist gut kein Hauptblut kein Gang Richtung Decke ist doch hier eine Einser POI wird es doch sicherlich irgendwo noch eine Dosenerbsen versteckt sein oder so dann gehen wir hier in diesen Raum ach guck an da ist sicherlich noch hier Rocker Wolfgang mit seinen Kumpels drin ne na nicht ganz aber Kevin ist am Start Kevin ist am Start ich will nicht wissen was ihr für eine Party drin gefeiert habt ne die Proportionen männlich-weiblich haut nicht ganz hin in meinen Augen äh da 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 Volker verursacht mir Schaden mit Knüppel wunderbar jetzt haben wir noch einen Schlüssel den nehmen wir gleich mal Crapen so und hier sind im Reifen drin vielleicht oder ein Auto haha auch ein Auto wäre geil der Clownhammer der Stufe 2 geil uff shit fast ein Fehler immer gut war aber das Gammelfleisch in der Nachtkommode schon widerlich gibt Leute ne die haben echt wie die Amis auch überall ein Klo haben das ist so geil überall ist ein Badezimmer ist so krass hier gibt Köcher was was warum warum geil wenn wir hier beide ne zur gleichen Zeit zur Arbeit müssen dann müssen wir uns um ein Bad kloppen was ist denn los ey bei der Miete was ist denn los wo ist mein verdammtes zweites Klo ne das reicht schon das ist ne Frechheit ab zum Händler hab mich lange genug aufgeregt hab mich lange genug aufgeregt haben wir doch was geschafft zwei Quests haben wir gemacht ich kann mich sogar noch Richtung Farmer begeben das ist doch super und das trotz Fahrrad muss man ja noch dazu sagen wir sind ja jetzt nicht mit krassen Shit unterwegs nein wir sind mit dem Fahrrad unterwegs was machen wir hier schon dran an dieser Gurke ne gibt's ja nicht mach schon zwei Rap Kits warte mal das können wir doch gleich hier mal mal die Kette polieren hier zack ein Rap Kit voll das Ding ist ein Deal dann können wir gleich den nächsten Zombie mal wieder umfahren und dann können wir schön rein mit dem Vorderrad ins Gesicht mach mal das Licht aus ne deswegen tritt sich das so schwer das ist weil der Dynamo so reinhaut ins Reih in bläh Scheiße ja ihr bist fertig gemein oh ne Tasche für die Rüstung lebende Schüsse Müll da ist tatsächlich mal was sinnvolles dabei das ist die Tasche für die Rüstung das werden wir natürlich gleich mal reinrömern ne ganz klar wenn wir schon nichts mit dieser Rüstung anfangen können können wir wenigstens mal eine Tasche ran klatschen nice so jetzt wird vertickt gönn das gibt das gibt Kohle ne und ihr braucht bloß geschmiedet Eisen und Klebeband dafür theoretisch könnt ihr euch mit Klebeband äh ne ja doch stimmt schon mit Klebeband und und äh Eisen eine goldene Nase verdienen wenigstens so ein bisschen angedeutet wisst ihr schon krass hier das Geld wir schauen nochmal komm sag schon gib gib mir Bücher gib schon du hast echt gar nichts du hast echt gar nichts was ist los mit dir gute Frau da muss doch ein bisschen was kommen naja wie ist denn das he he ja kann mit der Uhr auch nichts anfangen entweder es ist hell oder es ist dunkel ist es ist einfach so ich weiß dass es kurz bevor es hell ist muss ich auf Arbeit sein und ich weiß wenn es dunkel wird habe ich irgendwann Feierabend super ich fühle was sie sagt so weg mit diesem ganzen Schlunz hier wie immer die Steine ne das ist ja immer so ein Running Gag mittlerweile schon wieder ein Kochtopf den können wir eigentlich einschmelzen das ist super wie sieht es hier aus da haben wir wieder ein bisschen Stuff warum ist die Musik so trostlos uns geht es doch gut geht es uns nicht gut ich fühle mich gut Glas da können wir mal wieder ein bisschen geschmiedet Eisen erstellen und unsere Pfeile sind fertig die Pfeilspitzen zumindest da haben wir genug jetzt müssen wir mal wieder ein paar Vögel berauben so Katzenfutter gönnen wir uns sofort frühes Wasser ihr wisst bescheid so äh ne 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 wieso nicht das muss nicht sein jetzt werden wir uns mal wieder hochfuttern hochfuttern hochsaufen wichtig und richtig oder haben wir noch die Suppe dann gönnen wir uns auch noch weg damit schade dass es keine Dose mehr gibt ne die könnte man auch immer noch so schön einschmelzen ach das war schon was ne in den jungen alten Zeiten wisst ihr noch Machetenteile will ich auch nicht verkaufen glaube das könnte ich gebrauchen Zement, Eier, Kleber die Lampe siehst die hätte ich auch verkaufen können verdammte Axt diese Frau ne die macht einen blind so Sand Spray dann haben wir hier noch die E-Teile E-Teile und keine Mech-Teile das ist nicht gut wo ist mein Fahrrad Herrgott im Himmel da auf geht's das ist auch die Zeit der Folge 30, 31 alles klar wir müssen hier leider einen Cut machen wir sehen uns dann in der nächsten Folge 7 days to die danke fürs zuschauen danke fürs liken apropos liken liken und abonnieren nicht vergessen wenn ihr schon eine Weile dabei seid würde ich mich sehr drüber freuen und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge 7 days to die reingehauen und tschü tschü 7 5 7 8 8 10 10 11 12 11 12 Untertitelung des ZDF, 2020